Ja meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir das zweite Teil von Mafia. Heute haben wir zwei weitere Gäste, wie zum Beispiel Amen und Arzo. Ich glaube, die beiden kennt ihr schon von meinen anderen Videos und so drum und dran. Checkt ihr auch auf Instagram. Ihr könnt das Video beschreiben und abchecken. Und die anderen kennt ihr ja schon von meinen Videos. Davon müsst ihr schon machen. Ihr kennt euch schon mit Mafia auch von meinem letzten Video. Und zwar werde ich jetzt wieder zwei, also diesmal werden zwei Mafias genommen. Und Verlierer muss einen Instagram-Post machen, einen peinlichen Instagram-Post machen für 24 Stunden. Für 24 Stunden, merkt euch das. Und die zwei Personen werden jetzt von mir angeschrieben. Hier. Moment. Ich muss erstmal hier so. Hier. Jetzt. Habt ihr bekommen? Ja. Auf jeden Fall. Ihr seid schon, ihr seid schon fixiert, ne? Gut. Auf jeden Fall. Ähm. Wer will anfangen? Wir fangen unten. Also ihr könnt diskutieren. Diskutiert mal ein bisschen. Arzo. Ich schwöre Arzo. Ich schwöre Arzo. Ey, ohne schwören. Oh, man darf nicht schwören. Oh, was? Man darf nicht schwören, weil am Ende bin ich nicht Mafia und dann hast du unnötig geschworen. Ja, also Arzo. Aber du bist trotzdem. Davino, du hast schon gesprochen. Eigentlich muss ich gesprochen, aber ich bin noch ein letzter schon. Ich hab die ganze Zeit noch keine Nachricht gewartet. Aber warum hat denn... Auffällig. Warum hat denn Davino direkt Arzo gerufen? Das macht ihn auch behindert auffällig. Das stimmt, das stimmt. Davino, wie du... Ey, ey. Als Davino letzte Runde Werwolf war, hat er genau dasselbe mit mir gemacht. Da hat er auch ohne irgendeinen Grund direkt gesagt Elias, Elias, weil er einfach komisch ist. Elias, 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 so. Das war richtig. Nein, das ist nicht Davino. Das ist nicht Davino. Kick mich raus. Wer ist das? Warte, ich seh meinen Namen nicht. Das ist nicht Davino, das ist Arzo. Arzo oder Aymen? Ich denke, Aymen und Arzo haben auf jeden Fall was damit zu tun. Ich glaube aber auch, Arzo ist Arzo. Aber Arzo hat auf einmal so richtig viel gelacht und so dies zur Seite gegangen. Sorry, Bruder, ich muss stummeln, weil sonst geht das in die andere Richtung. Hier, wir fangen diesmal bei Arzo an. Arzo, wen nimmst du? Ich nehme Davino. Okay, Davino hast du genommen. Okay, Davino. Imen, wen nimmst du? Ich nehme Arzo. Arzo, okay. Krass. Elias, Bruder, wen nimmst du? Davino oder Arzo, aber ich sage eher Arzo. Arzo. Okay, dann jetzt Mumubre. So, tut mir leid, aber ich denke auf jeden Fall, das ist auch Arzo. Ich meine auch Arzo. Okay. Aymen? Boah, ich würde eigentlich nicht Arzo nehmen, weil Davino direkt gerufen hat. Deswegen würde ich eher für Davino gehen, aber ja. Okay. Dann gehen wir zu Big Mo. Bruder, auf jeden Fall Arzo und Aymen, aber erstmal Arzo. Definitiv, Bruder. Okay, dann jetzt zu Davino. Also, ich liebe dich wirklich, aber Arzo, auf jeden Fall. Ehrlich, auf jeden Fall. Okay, Leute, ich mache mal so. Wie nennt man das? Ja, Dings wurde jetzt eliminiert. Arzo wurde eliminiert. Arzo, willst du sagen, ob du Mafia bist oder nicht? Ich war nicht Mafia. Leute, ey, ich mache dich kurz raus, ich hole dich später wieder rein, Arzo. Hier, okay, ich kann jetzt wieder reden. Davino. Warte, chill mal, chill mal, chill mal. Davino, du Hund. Tut mir leid. Davino, du Hund. Arzo, tut mir leid, du hast dich extra halbe Stunde geschminkt. Oh, Allah, tut mir leid. Also, bleib doch da, gleich machen wir weiter. Gleich darfst du entscheiden, wen du rauswerfen willst, ne? Auf jeden Fall, Leute, die zwei, wie nennt man das? Die zwei Mafias, ne, dürfen ein, ein wegkicken, aber die müssen das zusammen entscheiden. Ihr dreht euch um. Ihr dreht euch mal alle um. Wenn ich komme, dann war ich nach Davino. Ey, man, ist beides niemand, oder? Nee. Okay, dreht dich um, Bruder. Kannst du einfach so machen? Ja, Bruder, so. Jetzt alle weg, alle umdrehen, alle umdrehen. Alle? Ja, alle. Ey, das ist Mafia, Big Mo ist Mafia, habt ihr gehört? Die zwei können sich umdrehen. Ein Mann. Und, äh... Ein Mann. Warte, die zwei drehen sich um wen will hier? Ja, okay. Okay, okay, könnt ihr alle umdrehen jetzt? Alle umdrehen? Amen, amen, amen. Na, ich will ganz kurz was zu meiner Verfertigung sagen. Ganz kurz. Guck mal. Ihr habt schon einen Fehler gemacht. Wir sind beide neu. Azo und ich sind neu. Ihr habt den Fehler gemacht, direkt Azo rausgekickt, weil die neu ist. Schöne mal gerne, Michel. Und chill, chill, chill. Und jetzt? Wollt ihr direkt mich wählen? Weil ich schon neu bin in der Gruppe? Okay, Leute. Guck mal. Leute, warte, amen, Bruder, warte. Wer wird rauskickt, wisst ihr das? Warte, ich sag in drei Sekunden, drei. Zwei, eins. Amen, du wirst leider rausgekickt. Wey, yo. Sicher, amen. Es ist Davino. Es ist Davino. Nein. Sicher, amen. Es ist amen und Davino. Wisst ihr, warum? Weil Iman direkt auf die gegangen ist. Nein. Iman ist nicht auf mich gegangen. Big Moot, Ilias. Weil amen weiß. Aber tausend Prozent. Stopp, 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 Iman. Davino und Faith. Stopp, ich will jetzt was sagen, seid leise. Iman weiß ganz genau, auch wenn ich Machia wirre, ich würde sie niemals rausgeben. Das wisst ihr alle. Hast du immer auch in der Runde gemacht? Hast du immer auch in der Runde gemacht? Ja, aber das war unter Mindschutz. Aber das ist ja mein Freund, das ist der Lügner. Es ist Davino. Und, Digger. Okay, alle stumm, alle stumm, alle stumm. Wir fangen jetzt immer bei Ilias an. Ilias, wen nimmst du, Bruder? Auf jeden Fall Davino. Ohne Reden. Okay, aber ich dürfe jetzt, ja so, okay. Momo, bitte nur Namen sagen, nur Namen sagen, nur Namen sagen, Bruder. Bruder, Bruder, ich bin Davino, Bruder. Okay, Davino. Jetzt kommen wir zu Eman. Eman, was sagst du? Nur Namen sagen, nur Namen sagen. 100% Davino, 100%. Er ist direkt auf mich gegangen am Anfang. Okay. Big Moon, nur Name, Bruder, nur Name. G für Davino. Boah, echt heftig, Wallah. Okay, Davino, jetzt darfst du sagen, du bist schon raus, leider. Also, ich bin nicht Mafia, aber ich werde euch allen sagen, Eman ist es. Okay. Okay, jetzt darfst du sagen, leider, du bist rausgekriegt, Davino, bist du Mafia oder nicht? Nein, bin ich nicht. Oh, Leck, ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Das Ding ist, ihr müsst wissen, ne, wenn nächstes Mal, wenn nächstes Mal, ähm, nicht Mafia genommen wird, ne? Es ist Big Mo. Oder ist immer noch zwei Melbe drin? Ja, noch Big Mo. Ja, noch Big Mo, ich bin das nicht. Wisst ihr, warum? Ich schwöre nicht. Warte, warte, lasst du es. Als Teko gesagt hat, dreht euch jetzt um, dann hat Big Mo gesagt, alle, oder was? Okay, Ilias, okay, Ilias, warte. Du sagst, ich bin das, ne? Aber sei mir ehrlich, von Anfang an war das nicht, ey, wenn du um Mono bist und Davino? Ja, Dave, ey, man, glaube ich auch, Bruder. Jetzt lüge nicht, jetzt lüge nicht. Du sagst, ich, und ich sage, Amen, die sagen alle, Amen. Jetzt, Bruder, würde ich meinen eigenen Partner dann in die Schippe hauen, wer doch behindert ist. Bruder, das stimmt. Ja, das ist ja deine Grünwäsche. Aber, Bruder, kann einer sein Problem, Mono oder Finkers. Wenn Amen nicht dein Partner ist, dann kannst du Mobri sein, aber Mobri sagt die ganze Zeit, dass du bist, Bruder. Ja, deswegen, sag ich, boah, das kann irgendwie... Alles dumm? Ihr habt jetzt zwei Sekunden zu überlegen, wenn ihr nehmt. An die zwei, ich gucke niemanden an, an die zwei Mafias, überlegt schlau, weil, wenn einer von den Bürgern genommen wird, habt ihr gewonnen. So, überlegt schlau. Weil Ado weiß schon, wer das ist, aber Ado darf halt, wenn ich sage, so. Big Mo, wie nimmst du? Bruder, safe Amen. Guck mal, wie der guckt. Ein, zwei, ich gehöre nicht auf. Okay, Amen, wen nimmst du? Das kann nur einer von Ilias oder Momo sein. Ich geh auf Momo, weil die sind Team, die haben sich noch nicht gegenseitig, sag ich mal, gewählt. Okay, dann gehen wir zu Ilias, wen nimmst du Ilias? Bruder, ich gehöre Big Mo, safe Big Mo. So, das ist Big Mo und Ilias. Big Mo nimm ich als erster mit Big Mo, jetzt weg, das weg vom Fenster. Big Mo. Okay. Warte mal, was würdest du sagen, Big Mo? Bruder, warte mal, bitte überlegt nochmal. Bitte, Ilias, vertrau mir, ne, Momo, Bruder. Vertrau mir, Bruder, bitte, Ilias. Sorry, Bruder, warte mal, will jemand schon wegmachen, ja oder nein? Also, ihr seid euch klar? Okay, warte, Ilias. Momo, Bruder. Sag Wallah. Einfach wegen, vertrau mir, vertrau mir. Ich weiß, Momo, Bruder, ja. Okay, Momo, Bruder. Warte, will jemand noch irgendwas ändern? Will jemand ändern, weil das letzte Chance war, dann ist Momo, Bruder weg. Weil das kann schlecht für, warte mal, das kann schlecht, willst du ändern? Ja, Bruder, Ding, Momo, Bruder, ja? Warte, ich hab das Demops genommen, Bruder, warte mal, jetzt hab ich doch zwei Stimmen und E-Mann eine, ich stimme einfach E-Mann, damit das weitergeht, weil ich bin das nicht. Dann geht doch Runde weiter, dann hab ich zwei Stimmen und E-Mann zwei Stimmen. Ey, nein, nein, umgekehrt, Bruder. Warum? Warte mal, aber das, warte mal, ja, warte mal, lass mal Elias und Dings reden. Okay, dann gehst du auch auf E-Mann. Bruder, ich hab doch meine Stimme auch Momo, Bruder, bitte, vertrau mir. Okay, Momo, warte mal, wir fangen von vorne an, okay, ich entschne mal jetzt alle Garten. Momo, Bruder hat drei. Warte, warte, okay, bitte, nehm ich. Jetzt, ob, komm. Momo, Bruder, ich nehm Momo, Bruder, 100 Prozent. Ich nehm du? Big Mo, Walla, Big Mo, 100 Prozent, Big Mo. Boah, Entweder haben die ja schon, ich nehm Momo, Bruder, ja? Okay. Aber ich sag auch Momo, Bruder, so schlecht, Bruder. Ilias, du wurdest so auseinander, ich glaub Ilias und Big Mo, 100 Prozent, Walla. Ich frag's mir, warum, ich jetzt wieder? Okay, warte, Momo, Bruder, guck mal, guck mal, wie du lachst, du Bastard, Digga. Ich mach jetzt alles dumm, und zwar, Momo, Bruder, du hast leider verloren, bist du Mafia oder nicht? Warte, 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 bevor du's sagst, bevor du's sagst, die zwei Mafias wisst ja schon Bescheid, ne? Wenn Momo, Bruder, kein Mafia ist, haben die komplett Bürger verloren. Sag Mafia, warum? Warum, wir können doch noch, nein, wir können doch aim, also das sind ja drei Leute, Bruder. Wir können ja noch aimern, kann ja noch raten, und wir können ja noch helfen, oder nicht? Nein, Bruder, weil das Dings, Arzo und alle haben schon gesehen, also Arzo hat schon gesehen, wer das war, weil die haben sich ja umgedreht. Ja, Bruder, Big Mo und Ilias waren das, ich bin das nicht, Bruder. Willst du's nicht? Nein, Bruder, bin ich, du weißt, ob... Auf jeden Fall, Mafia war ich, ich mach jetzt alle Entstummen, ich mach jetzt Entstummen, Wer war Mafia von euch drei? Die haben das behindert schlau gemacht, die haben sich gegenseitig verdächtigt. Ich hab einfach ihnen jetzt geschrieben, Bruder, wir machen jetzt das System. Bruder, ich hab euch das gesagt, ich will doch nicht drauf reingefallen, ich bin doch nicht blöd. Ihr seid richtig dumm, ne? Wer hat gesagt, Iman raus, Kikin? Die beide haben uns gesagt. Die haben zwei sie gesagt, ich hab dich gesehen. Iman, aber guck mal, sie ist als Kompliment. Du bist eigentlich in der Beste, ich musste dich raushaben. Du bist schlau. Ich wollte sagen, Ilias hat gelächelt. Ilias, du Ratte. Die alle, die alle, außer ich und Ilias. Aber warum? Vorhin haben wir das auch nicht gemacht, da mussten wir auch da rummachen. Wie bitte? Alle, Bruder. Ja, Mann, was hab ich gemacht? Ich liebe ihn. Aber das hat mir so leid getan. Aber warte mal, Ilias und Big Mo, warte mal ganz kurz, davor die Runde haben wir das auch so gemacht, dass der Mafia, wenn der Mafia verloren hat, der muss das dann posten. Ey, Ilias. Ja, das heißt, wir müssen noch eine Runde machen. Die erwischt werden, die müssen, oder generell machen wir das. Ich mach jetzt noch eine Runde. Alle ruhig, alle ruhig, ich mach jetzt alle stumm, alle stumm schalten. Auf jeden Fall. Schreibe ich die nächsten zwei nochmal an. Warte. Warte noch nicht. Okay. Okay. Ich hab die kontaktiert, ihr habt's alle gesehen. Auf jeden Fall, diskutiert mal ein bisschen. Mo, Mo, Brie. Bruder, okay. Das ist kurz trage ich dir. Ich glaube, Seko, Seko, Seko. Ja? Ich denke jetzt mal, schlau, Bruder. Weil die Bestrafung ist ja, ein Bild auf seinem Ding zu posten. Auf seinem Social Media. Aber nicht als Zeug, sondern als Beitrag. Und Arzo und Iman sind die bekanntesten von uns. Stimmt. Und er sagt, das wäre ja kurz so ein Frustand von dir. Ey, Wollah, was hab ich falsch gemacht? Immer Arzo. Ich hab Seko-Sienes verloren. Deswegen, ich glaub, jetzt eine Bekanntheit von uns. Das Ding ist, warte mal, warte mal ganz kurz. Ilyas und Bigmo, ihr spielt wieder zusammen, das macht das grad schlau. Aber ich denk nicht, dass du das bis erst mal. Ich denk auch, dass entweder Iman was damit zu tun hat oder Arzo, 100%. Also ich denk, Warte mal, Mo, Brie, eine Frage, Bruder. Warum bist du immer gegen mich? Was? Bruder, weil ihr direkt so schießt. Aber guck mal, Bruder, ich sag euch mal eins, wenn ihr wollt, bootet mich jetzt raus. Aber warum solltet ihr das? Alles dumm? Alles dumm. Jetzt fangen wir nochmal an. Ilyas, wen willst du, Bruder? Bruder, ich tendiere zwischen Iman und Arzo, aber ich, weil Arzo letzte Runde schon, als er rausgeflogen ist, Iman, Bruder. Und wenn Iman ist, dann auf jeden Fall auch Arzo. Okay, Eman, was sagst du, Eman? Dadurch, boah, diese Argumentation war gut. Und ja, ich tendiere auch, ich gehe auf Arzo diesmal, ja. Letzte Runde habe ich sie verschworen. Krass, krass, krass. Bigbo, Bruder, wen nimmst du? Ich gehe auf Davino, weil der ist viel zu ruhig gerade. Komm, wie der da sitzt und lächelt. Wie ein Scheitan. Oh, krass. Okay, Arzo? Ich sage, was ich entweder Momo, Brä, Brä. Okay. Boah, jeder wird gerade einfach genommen, ne? Jeder, jeder hat einmal bekommen, bis auf die anderen. Okay, Davino, wer alles gewartet wurde, wurde jeder gewartet. Wer wurde alles, also wer wurde alles. Eman, also Davino und du zweimal Momo. Ja, dann nehme ich Eman, damit ich zweimal und Eman zweimal, dann müssen wir schlecht zwischen mir und Eman, ich denke, aber jetzt auf Eman entscheiden, du hast dumm reagiert. Eman, was sagst du? Eigentlich Davino, aber das ist Momo. Momo, okay, Momo. Okay, ich mache dich dumm. Momo, bist du es oder nicht? Sag schnell ja, nein. Nein, Bruder, bin ich nicht. Ihr seid zu dumm, ne? Ihr seid zu dumm. Ihr seid zu dumm. Ich sage einfach so dumm. Okay, nächste Runde. Alle trainen sich nochmal um. Trainen sich alle bitte um. Alle umdrehen. Alle umdrehen so. Okay, die zwei Mafias trainen sich wieder um. Also trainen sich um und suchen eine. Okay, treten sich wieder um. Tret euch wieder um. Okay, Eman, du bist leider raus wieder. Furchtet mich gerade flachsen, ist das euer Ernst? Ey, Wallah, das ist Wall-Asozial. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, Wallah, die Leute sind echt krass, ne? Okay, jetzt könnt ihr nochmal raten, also diskutieren. zweites Mal, ich sagte sogar ihm, es ist Werwolf, Bruder. Ich würde ihn mal nie rausschmeißen. So, jetzt hört mal zu, jetzt weiß ich zu 100% Big Mo und Ilias. Weil ihr habt letzte Runde auch wieder rausgeworfen. Letzte Runde auch wieder rausgeworfen. Hey, warum soll ich dann sagen, ich denke, sie ist Werwolf? Ich dachte, sie ist Werwolf, Bruder. Ihr beide seid Werwolf, 100%. Du machst einfach Spielchen gerade. Nein, pass auf, ich habe mich einfach angelegt. Pass auf, nicht, dass ein Gin von hinten kommt und dich erwirkt, Bruder. Guck, ich könnte wetten, nächste Runde bin ich raus, weil ihr mich wählt. Ihr beide. gehörst mich wieder. Alles stumm? Alles stumm? Alles stumm? Warte, warte, nein, Bruder. Nein, nein, sorry Elias, sorry Bruder. Davino, wen nimmst du? Äh, eigentlich, also ich tendiere zu Big Mo und Ilias, aber ich bin eher für Big Mo. Okay. Äh, ich mache sie stumm. Arzo? Ich sage Big Mo. Ich weiß noch, weil, weil, okay, Big Mo. Bruder, Amen, Amen, einfach Amen. Ich bin das nicht, Arzo, Mann, ich wollte doch nach London kommen, Alter, um dich zu mir. Okay, Amen, wen nimmst du? Auf jeden Fall Big Mo, auf jeden Fall. Yallah. Äh, Elias? Ich sage mal so, ich verstehe diese Argumentation nicht, wenn ich bin, warum sollte, ich dachte doch selber, E-Mind ist Wehrwolf, Bruder. Und, ich sage, ich weiß nicht, wie ihr auf Big Mo kommt oder so, kann sein, dass er ist, aber ich glaube, Arzo, alleine aus, ich sage es nochmal, allein wegen diesem Grund, weil sie auf Social Media die größte von uns ist, Bruder. Ja, okay, auf jeden Fall, wollt ihr euch nochmal umentscheiden oder war es das schon? Keiner mehr? Big Mo will das was sagen? Aber du darfst nur entscheiden, du darfst nichts mehr sagen. Ach so, Arzo, Bruder. Willst du umentschieden? 100% Arzo, ja, der hat recht. Okay, zwei Arzo. Ähm, Okay, Davino, bist du dir sicher? Okay, seid euch, okay, dann hat auf jeden Fall, ähm, Arzo und Big Mo gleich, und jetzt gibt es Stechen zwischen den zwei. Jetzt darf Elias entscheiden zwischen den beiden. Wen nimmst du Elias? Bruder, ich sage euch ehrlich, ich sage jetzt erstmal Arzo, und wenn Arzo es nicht ist, dann eine Milliarde Prozent Big Mo. Aber dann ist die Frage, wer sein Partner ist. Aber jetzt sage ich erstmal auf jeden Fall Arzo. Okay. Ich kann auch nochmal falsch liegen, ich war bei ihm schon falsch. Okay, Amen. Oh, es ist Big Mo. Der nimmt ihn doch gerade in Schutt, der rettet gerade Big Mo. Elias und Big Mo, 100%. Ich habe euch durch. Okay, Davino? Also, ich glaube nicht, dass Zecko so dumm ist. Also, wenn Zecko, wenn wirklich die beiden selben genannt hast, dann kriegst du so eine Ohrfeige von mir. Aber einer von den beiden ist da, also auf jeden Fall, und ich tendiere für Big Mo. Okay. Also, Big Mo, du bist raus, Bruder. Sag jetzt, bist du Mafia oder nicht? Bruder, ich bin doch noch nicht raus. Die haben doch erst mal gewählt. Arzo ist doch, Bruder, erst mal raus. Nein. Ich bin schon noch nicht raus. Du hast zwei Stimmen, Bruder. Ja, Arzo hat doch drei jetzt bekommen. Du hast doch gesagt, ein Wichser. Okay, nächste Runde können reden. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, ich, weil ich, aber ich bin halt echt nicht. Ich bin halt, vertraut mir, bitte, Leute. Aber Arzo weiß ich auch nicht mehr, Bruder, weil warum sollte er auf Arzo gehen? Und einen sowieso nicht, weil, ich glaube, warum sollte schon ein junger Vertrauen, das bestimmt ihr ist. damit die Wehrwölfe noch gewinnen, deswegen händere ich es zu Davino. Davino, ich liebe dich, aber it's you. Hallo Leute, Big Mo ist jetzt Mafia gewesen, ne? Ja. Okay, ich glaube, Arzo. Hä? Nein. Nein. Hä? Du kannst hier so rein. Alles stumm, alles stumm, alles stumm. Und, und das Ding ist, ihr dürft jetzt nur noch ein Person nochmal, einfach nur Name, ich dürfte nicht sagen, das, direkt Name, nur Name. Davino? Ayman. Okay. Arzo? Davino. Okay. Ayman? Nun, Namen, Gura. Ilias. Okay. Jetzt, Ilias. Davino. Okay. Wollt ihr euch nochmal umentscheiden, oder war's das? Nee, nur umentscheiden. Wenn du nur umentscheidest, dann dürft ihr erst sagen. Wollt ihr umentscheiden, ja oder nein? Achtung, ich mach's, wenn du nicht, wenn du nicht umentscheidest, dann musst du wieder stumm machen. Elias, vertrau mir nicht mehr einmal, bitte nicht mehr einmal. Vertrau mir, wirklich, vertrau mir. Vertrau mir. Ich leg mein Herz ins... Okay, Elias. Bruder, ich werd bei diesem... Vertrau mir immer richtig schwach, und reden bei Becken, deswegen, ich sag Amen. Ich vertraue dir, Davino. Ja, ich sag Amen. Okay. Ayman hat zwei, und Davino hat leider eins. Amen, willst du auch umentscheiden? Arzo, willst du umentscheiden? Willst du umentscheiden? Achso, okay, okay, okay. Das heißt, Amen, du bist raus, du darfst nur sagen, bist du es oder bist du es nicht? Ich bin es nicht. Ihr habt's gehört. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Ihr könnt nicht rausgehen. Elias, weil er gesagt hat, vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir. Lass mich das sagen. Mein Zick hat wirklich gesagt, Ayman, ihr könnt mich gerne rauskicken, aber ich bin es nicht. Als Strafe darfst du mich wählen, wirklich jetzt. Aber ich bin gleich für diese Vertrauenssache. Aber jetzt ist es, kannst du Arzo sein, oder du? Also, ihr könnt mich rauskicken. Okay, okay, Leute, ich mache jetzt wieder alles stumm. Überlege euch zwei Sekunden, wen ihr nimmst. Ich fange bei, ich fange bei Arzo an. Arzo, wen nimmst du? Wen nimmst du? Egal. Ähm, oh nein, ich fühle mich jetzt voll schlecht bei Davino. Aber Davino. Okay, Davino eins. Ihr wisst schon, ihr müsst überlegen, der Verlierer von hier, weil es nur noch ein Mafia. Und der Verlierer hier, wenn ein Bürger verliert, müssen komplett Bürger ein Foto posten. Okay, Elias, wen nimmst du? Rora, jetzt komisch, dass du das jetzt nochmal erwähnt, mit so Fotoposten, weil ich habe ja von Anfang an so gesagt, diese Arzo mäßig. Davino, bist du es? Komm mir mal in die Augen. Sag Arzo. Arzo. Okay. Davino, du darfst nur Namen sagen, nur Namen sagen. Du darfst nichts, nur noch Namen sagen. Arzo. Okay. Arzo, du hast zwei Stimmen. Will jemand umentscheiden? Ja, nein? Okay. Arzo, sag nichts. Arzo, warte, ich mache jetzt ein Stimmen. Sag einfach, bist du Mafia oder nicht? Wenn du kein Mafia bist, müssen alle Fotoposten. Bist du es oder nicht? Ich bin kein Mafia. Elias und Dick Moman wieder. Ich wusste, es ist zwar fucking Elias. Oh mein Gott. Seko, du bist auch wirklich so... Ey, warte mal, ey, ich poste, hört mal zu, ich poste mit Herz-Video, aber ich hatte gar nicht die Möglichkeit, irgendwie zu blinden. Ey, ist das so, ja, ernst, ich habe mich wieder rausgekickt, wollt ihr mich scharfen? Ich habe mich einmal gewählt, oder ich konnte gar nicht diese Möglichkeit haben. Aber warte mal, ey, E-Man, soll ich dir sagen, warum wir dich rausgekickt haben? Ey, weil das nervt. Weil beim zweiten Mal, weil beim zweiten Mal hätten sie niemals gedacht, Big Mo und Iles werfen nochmal E-Man raus. Nein, nein, das können sie gar nicht sein. Das war ja das, was ich gesagt habe. Ja, warte mal kurz. Ja, mein Freund, danke, dass ihr eingeführt. Ich war das noch ein Daumen nach oben. Da checkt ihr alle, Arzo, Elias, Davino, E-Man, Momobre, E-Man und Big Mo auf Instagram und E-Man auf jeden Fall noch und Big Mo auf YouTube ab. Und lasst auch bei denen ein, also Liebe da, ihr wisst euch meinen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.